Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge Mario Tennis. Wir spielen mal wieder. Alter, wer von denen bin ich denn? Christian Bram und Jay. Ich weiß auch nicht, ich bin vier. Ich bin vier, spiel mal Yoshi hier. Guck mal, ich bin direkt hier. Ja, es geht ab, Alter. Ich mag Mario. J ist Mario. Gibt ihr auch mit der Bewegungssteuerung? Nein. Ja. Auf gar keinen Fall. Christian ist Peach. Und Bram ist Bowser, ne? Ja. Ich habe mittlerweile den Singleplayer gespielt und ich muss sagen, das ist so eine der schlechtesten Sachen, die Nintendo je abgeliefert hat. Also nicht nur voll, oh du kommst in diese Hülle nicht rein, es sei denn, du besiegst mich in einer Rolle Tennis. Du hast keine Funktion, die Replay macht und ein Replay kannst du nicht überspringen, also die vom Spiel. Oh, der war knapp. Also wir haben jetzt auch alle einen LAN-Adapter, liebe Leute. Nice. Und es ruckelt nicht mehr so stark aktuell. Jetzt ging es doch nicht. Und ich hoffe, das bleibt dann auch dabei. Es ruckelt nicht mehr so stark, es ruckelt gar nicht. Ich hatte gerade kurz einen Ruckel. Momentan nicht, ne. Ein Klein. Da ist schon wieder ein Slowdown, aber... Alter, den... Ah, shit, den hätte ich nehmen können. Wer ist Bowser? Ich bin Bowser. Jay! Was willst du denn? Nein! Wer ist überhaupt Yoshi? Ich bin Yoshi! Was machst du denn? Ich bin Yoshi! Was für eine Nebengeschlange. Wir spielen übrigens jetzt mit, äh, ein langes Spiel. Das heißt, wir spielen jetzt nach offiziellen Tennisregeln, weil sich da Leute beschwert haben. Nein, wir spielen nicht drei Sätze. Wir hatten nur einen Tie-Break gespielt. Zwei Punkte. Zwei Punkte gewinnen. Und ich hab... Was war das denn? Was war das denn? Das war gut. Das war gut. Willst du behindert, oder was? Ist falsch, mich klar. Ich glaube, da hat jemand ganz oft Y gedrückt, äh, X gedrückt. Kann das sein? Ne, Y. Ja, warum machst du das? Warum hat der denn die Fähigkeit... Warum hat der denn die... Ich wusste nicht, dass er die Fähigkeit hat. Ich spiele zum ersten Mal, glaube ich. Ja, du spielst zum ersten Mal. Alter, das war voll guter Ausschlag. Oh, der hat mich fast... Jawohl. Body-Shot, nice. Alter, Sepp, ey, du hast jetzt alle vierzig Punkte reingeschissen. Ich spielst wieder ein richtiges Team zusammen. Ich wollte hier geil Shot machen, aber hat nicht geklappt. Was muss man für den Stern nochmal drücken, doch eigentlich? Ja, da, ein schöner Fickschlag. Oh Gott. Oh, nein. Scheiße. So, Deuce. Jetzt wollen wir ja, wo eh gerade Wimbledon ist, passt das ja. Läuft das aktuell? Ja, es hat gerade angefangen. Oh, shit, der war stark. Oh, shit. Den habe ich verkackt. Okay, Advantage. Advantage. Receiver. Oh, nice. Wunderschön. Ja, jetzt wird gefickt. Ja, ganz sicherlich. Geil. Warst du ne? Body-Shot. Ja. Ja. Oh, ja, ja. Da ist der Schläger im Arsch. Da ist er. Damit haben die die Runde verloren oder haben die Ersatzschläger? Damit müssen... Alter, was? Jeder hat zwei Schläger. Guck dir mal nach rechts. Das hatten wir letztes Mal nicht. Wir müssen auf Bram schlagen. Wow. What? Oder auf Bowser schlagen. Ich weiß nicht, wer Bowser von uns ist. Bram ist Bowser, ja. Das ist ein super Ausschlag. Oh. Kriegst du ihn noch? Ja, wohl schön. Oh, Jay. Oh, geil, nein. Oh, komm. So. Jetzt ist er schon wieder. Jawohl. Jetzt einfach gut verteidigen, ne? Komm, auf Bram. Nee, nicht. Bin nicht schön, aber. Angetäuscht. Christian nimmt den. Er hat den abgewehrt, die Sau. Nee, 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 nee. Ach, wieso machen die denn so Tricks hier? Oh, fuck. Schön, Jay. Alter, Futter, ey. Ja, komm, den holst du, Jay. Oh. Sehr schön. Alter, so schnell kann auch kein Mensch reagieren, ey. Nice, Christian. Er war auch zu früh. Also. Er hat ihn immerhin ein bisschen kaputt gehauen. Oh. Gut, dass Christian mittlerweile kann, ey. Oh, scheiße. Danke. What? Dankeschön. Du hattest zu wenig Energie. Du hattest zu wenig Energie. Ich wollte ein vernünftiges. Da hab ich sie Piplitzer gemacht. Ja, cool. Das hat sich. Boah. Scheiße. Oh, sorry, Sepp. Er hat nicht verkackt. Er lebt noch im Tennis weiter. Ja, keine Energie mehr. Ja, muss denn nix. Nehm ich auf meine Kappe. Oh, wir haben unser Aufschlagspiel verloren. Scheiße, Mann. Kein Ding. Ah, den musst du haben. Den mach. Oh, das ist gut. Ah, ah. Oh, ne, wir haben auch keine. Ah, 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 ah. Wir haben auch keine. Lol. Sepp. Mach weiter. Hab ich doch. Hab ich kurz gelacht. Holy shit. What? Der war nochmal geblockt. Easy. Easy. Christian ist richtig krass geworden. Sehr schön. Alter, Christian ist ein richtig geiler Dude. Christian macht das nette Spiel, aber holy moly. Also nur ab jetzt auf Bowser spielen. Ja, ohne Witz, ey. Christian geht voll ab. Ich glaube, wir haben eine schwache Kiste. Man muss halt ein bisschen den Singleplayer spielen. Die erklären einem da alles. Und da ich nicht alles von Anfang an geschafft habe, musste ich da ein paar Sachen nochmal machen. Ja. Nice. Warum? Nein. Ja. Wie er meckern wollte, dann ist er mein Gefühl, dass er das erste Spiel versaut hat. Scheiße. Das war doch kein Spaß. Oh, 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 oh. Nice. Nein. Ja. Oh Gott. Sim. Was tust du denn? Bist du komplett schadet? Du hast gerade einen Home-Wan geschlagen. Ja, bitteschön. Ja. Du hast nach oben gezielt. Hast du nach die Bewegungssteuerung? Ich habe, nein, ich habe die falsche Taste gedrückt. Der sollte schießen und dann hat er aber nicht geschossen. Ja, der hat nach oben geschossen. Bitteschön. Guck mal, Tja, jetzt hat jeder eine Runde für A gekackt, ey. Guck mal, 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 guck mal. Ist geil, wie sehe ich dich aufregen? Mann, ey. Ja, ist geil. Das war ein ganz großes Tennis. Was musste man denn nochmal drücken, wenn man ein Visier erzielt? Ist das A oder B? Irgendeine Taste. Weil ich habe B gedrückt, da passierte nichts. Bei mir ist es A, was ich immer drücke. Hä, wer ist denn? Fuck, nicht so did. So. Das geht an einem Singleplayer. Alter, im Singleplayer, wenn die sich unterhalten, diese Todleute die ganze Zeit Alter. Und dann während des Tennis-Spiels die ganze Zeit, wenn der Kommentator redet. So, das heißt, Christian, wir machen das. Ich weiß immer noch nicht, ehrlich gesagt, wo der Sinn dabei ist, dass die verschiedene Fähigkeiten haben. Vielseitig, schnell, defensiv. Keine Ahnung, was da die Unterschiede sind. Die schlagen dann härter vielleicht. Oh, wir spielen auf Sand. Würde Nadal gewinnen. Das stimmt. Oh, das macht das einfach. Ja, macht das einfach. Oh, das war schon nicht gut. To did. Warum drückt ihr eigentlich immer diese blöden Trickschläge, wenn ihr das nicht macht? Was heißt, die drücken die Trickschläge? Ja, Alter, war der knapp, ey. Oh, scheiße. Ja. Sehr gut. Am Arsch. Nice. Ach, schade, ich dachte, der geht aus. Hey, hier, mein Netzspiel. Oh, was ist das denn? Den kann ich aber nicht mehr kriegen. Nee, den hätte ich haben müssen. Der war der war der war der war fliege, ey. What the fuck? Der ja. Jawohl. Boom. Nein. Den hat er nie mehr gekriegt. Oh, Mann. Alter. Was ist das das Recht eigentlich für ein geiler Dur? Du, der der da Schiedsrichter ist. Der muss das Spielfeld doch immer blöcken. What the fuck ist das. Oh, sorry. Oh. Oh, nice. Ein Fehler. Schön geblockt, Christian. Ich hab nur noch nicht verstanden, warum so häufig die Schläge so aufgeladen werden. Obwohl man gar nicht... Nice. Ach, hier, kein Lob. Na wo? Nee. Gönnt er sich denn nochmal, Alter. Boom! Nop. Nein, oh, shit. Schön, Alter, einfach. Der war schön. Da hab ich ein bisschen von unserer Energie benutzt, aber der war safe. Ja, alles gut. Ja, alles gut. Oh, der wär aus gewesen. Ja. Nice. Nice. Schön. Schön. Ich muss erst mal den Trickschlag mit Luigi verstehen. Das hat mich erst verwirrt. Was macht ihr alleine da ein Battle? Ist okay. Oh, oh. Nee. Nee. Macht man das eigentlich nochmal? Ja. Nee, aber das hat noch. L1. L1. Das mussten wir probieren. Come on! Oh. Rol! Rol! Alles klar! Erstmal über den Ball drüber springen, nice! Oh no no no! Schön! 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 Oh! Nice, Christian! Oh, stark! Oh, kacke! So, Bram, ein Punkt noch, dann haben wir den Spielsatz zum Sieg! Wir müssen noch einen Punkt machen, Christian! Mach's jetzt! Ich mach mal gar nichts jetzt, du machst einfach direkt! Ja, pass auf! Ah, schade! Machen das! Nee! Null! Nee, Lull! Alter! Ness! Wo steht's? Niiiinn! Wo schießt du denn hin? Was ist denn so klapp? Ich glaub, ich hab echt Bewegungssteuerung an, oder? Wie sieht man das denn aus? Ness, Alter! Bumm! Nice! Nice! Holy moly, ey! Oh, das war schön! Na, gezept, Jungs! Eigentlich hätten wir... Verdammt, ey! Das war euer Hetz! Okay! Bram ist die Konstante des Sieges! Das stimmt! Oh Gott, ey! Hetz ist schon cool! Hab mich jetzt erfreut! Das ist schön, dass ich dich erfreuen kann, Bram! Dass du einen Lacher am Morgen hast! Was? Was? War ich das, oder war er das? Nee, nee! Ich glaub, er hat gerade DC oder sowas! Ja! 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 Wer ist denn Spike? Genau, auf die Girly-Seite! Ähm! Ich hasse Mario, ey! Aber, es läuft jetzt wirklich deutlich besser! Also, eure Tipps mit dem Ladenadapter... Dankeschön nochmal dafür! Okay, Jay! Und es gibt ein Rematch! Es kann halt eigentlich nicht sein, dass das WLAN so scheiße ist von der Switch! Super Feature immer wieder von Nintendo! Weißt du, so früher musstest du dir ein Ladegerät kaufen! Mittlerweile musst du dir ein Netzteil kaufen! Sonst kannst du das Spiel vergessen! Yoshi! Ich bin Yoshi! Du bist Yoshi! Ich bin Yoshi! Du bist Yoshi? Boah! Ich bin Yoshi! Boah! Jetzt ist es aber nicht mehr so! Ich glaube, selbst Internet ist im Arsch! Oder nein! Ja, ich glaube auch, dass selbst Internet im Arsch ist! Achso, gönnst du dir den? Okay! Weiß ich's nicht! Boah! 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 Ich kann dir nicht reagieren! Nein, Cristian! Hab' ich? Was ist das denn jetzt? Nein! Ich kann nicht lachen! Stop-Motion! Ich kann nicht lachen! Wo hast du ihn? Wo ist der Ball? Jawol! Jawol! Ja, das hast du noch? Jawol! Alter, ey! Das macht dir- Sepp-Sepp rickt hier unser Spiel, ey! D- Oh! Endlich mal Punkte hier für uns! Boah! Was ein Schlagabtausch, ey! Boah! In your face! Geil, J! Alles gewonnen! Ich habe rechts die gedrückt so scheiß Die benutzt in dem spiel drücken drückte meiner links oder rechts Jetzt finde ich leider nein 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 jetzt oder nee das kannst du nicht Ach komm ey, Alter! Und Spaß, wenn der den gar nicht geblockt hätte weiß ich nicht ob der im Spielfeld gewesen wäre Den habe ich ins Aus geschossen Ja, der fällt raus Aber ich wollte Sepp treffen Weißt du, er steht da genau auf Sebastian und Zeisskopf Oh scheiße, der habe ich schlecht geturnt Ja macht nichts Govendator! Nice Christian! Den hat er getaket Sorry Alles gut Moonwalk, Alter! Luigi macht so einen geilen Moonwalk beim Trickschlagen Ist mega lustig Oh Alter! Nice! Körpertreffer Oh, Standbild? Hallo! Ja, hallo! Alles gut! Bei der Alexa liegt das nicht an dir, Christian Du bist im TSS da Ja, okay Ich habe immer Angst wegen meinem Internet Verstehe ich Oh Bram Oh shit! Ich wusste nicht, wo ich hinlaufen sollte Das war's in etwa Boah, das war meine Schuld, sorry Alles gut Ich fand den Moonwalk da so geil Das war's Oh nice Oh fuck mich Ah, hab ich wieder gut gemacht Ja, alles gut Ach komm jetzt hier Jetzt spielen wir wieder ernst Oh Gott Oh Ja Mario, der hat aber auch Schläge drauf Oh lol Nein! Mann, ich wollte den vernünftig bauen Das war so geil Mann That war nice Fuck my life Könntest du dir alles? Oh oh Nice, Christian Oh shit! Den blocken wir Wenn wir das können Nice! LOL Du König Oh shit! Oh Gott! Sorry! Nein, 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 alles gut Nein! Boah, das hilft nicht zu schreien Oh, ja Alles cool Ja! Das war nice, ey Richtig schön gemacht Harter Punkt Für uns Geil Leck mich auf den Arsch, ey Komm, das Aufschlagsspiel muss an uns gehen Oh, sorry Oh, oh, oh Hast du? Oh, der war Knipkes Oh, der war Knipkes Man kann ja auch die Trickschläge nach hinten machen, ne? Das hab ich voll gelönt Ja, das ist ja kurz Das kann ich jetzt mal aufschlagen Kann ich jetzt mal aufschlagen Ich mach immer nur links und rechts Jetzt mach ich das für uns Yoshi Yoshi Ach komm, ey Jawoll, schön Ja, 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 ja Die Geradenschläge sind einfach viel geiler als jeder andere Schlag Kannst du mir sagen, was du willst Was? Ja, die, die x-Schläge Oh, damit hab ich die x-Schläge Oh, damit hab ich die x-Schläge Alles gut Oh, sorry Du, go Jawoll Ich hatte keine Energie mehr Nein Ich wollte nicht Alles gut Alles gut Wie, keine Energie mehr? Wir sind voll Ja, die wollte aber nicht diesen, diesen Strafe machen Das ist so Ach, du hast gedrückt Ja, ich wollte auch gerade Oh, oh Irgendwann, du hast kein Schläger mehr Ja Oh Oh, da opfert er sich Ja, was heißt denn Opfern? Normalerweise geht das Und eure komplette rechte Seite war auf Naja, das stimmt Und damit haben wir Graben und Jay mal wieder gewonnen Ähm Unschlagbares Team hier in dieser Folge Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt Hier bei Mario Tennis Was zur Bewertung da Und haut rein Tschüss Tschüss Tschüss